Hier oben brauche ich Titan-Bocken 3. Ja, hätte ich wohl nicht alles reinhauen sollen, oder? Hm. Ja gut. Hier, ich bin immer noch am überlegen, ob ich das ein bisschen verbessert soll. Einfach nur. Warum nicht? Wahrscheinlich finde ich dann genau dann auf einmal krassen anderen Shit. Aber ich meine, ich habe so viel von dem Shit, dass ich dafür brauche, um das zu verbessern. Alles sollte in Ordnung sein. So, was ich jetzt noch machen will. Hey, wie geht's denn zu Hause? Hallo wieder. Ja. Ich würde gerne wissen, hier ist so Feuersamen. Die kann ich hier auch kaufen, richtig? Die sind nur scheiße teuer, aber ich habe gerade Zeug. Warum nicht? Und nun? Verstärken. So, die hier. Ja. Ja. Und ja. Meine Pyromantie ist nun voll sexy. So, jetzt habe ich wahrscheinlich noch zwei Tage oder so. Was geht? Oh shit. What? Okay. Ich habe irgendwas cooles geschafft. So. Vitalität. Aha. Oder vielleicht. Doch. Amp. Fluchrest geht sehr hoch. Bewege ich halt ein bisschen hoch. Ich sollte mal ein bisschen Amp. Ja, ein bisschen Amp. Ich meine, ich muss mich eh mal komplett umskillen, glaube ich. Ich weiß, ich... Ich sollte eigentlich auf Wunder eher scheißen. Weil das Feuer ist doch irgendwie krasser. Vor allem jetzt, wo wir das eine Gebiet weggemacht haben. Oh. Krass. Okay. Sehr schön. Was ich jetzt aber nochmal machen will, ist... Moment. Hä? Ist das das Feuer, das wir freigeschalten haben? Estos Flakon. Ja, okay. Krass. Hui, hui. Und runter hier. Und jetzt würde ich gerne mal schauen. Da war irgend so ein... Krasses Gebiet. Ist aber, glaube ich, immer noch so das gleiche wie... Wir waren schon mal so ein Gebiet und das war, glaube ich, nur irgendwie so DLC-Shit oder was weiß ich. Und hier hat's mal erklärt. Ich hab's vergessen. Sorry. Weiße Scheißfeuer. Taihille. Stimmt, du existierst. Huch. Hey, Kumpel. Hui, ja. Ich... Ich mach den dritten Angriff nie. Der macht den von alleine. Ist das normal? Gehört er dazu? Ich mach... Eins, zwei. Ha. Keine Ahnung. So. Oh. Egal. Egal. Unwichtig. Wir jetzt noch kurz was testen. Kann der... Das Gestein hier... Nein. Okay. Gut. Da noch nicht. Ich könnte wissen, ob das einbrechen kann. Was ich jetzt noch nicht verstehe, es gibt hier so viele Orte, wo man eigentlich abnormal viel Feuerwehr bräuchte. Was zu überleben. Was eigentlich gar nicht so gut möglich ist, da hinzukommen. Aber das sind überall Items. Ich dachte, hier kriegen wir irgendwann mal irgendwie so mega krasse Feuerresistenz. Zeitassistenz. So. Hallo. Ähm... Hier ist Lore. Verboten ist der Weg ins Reicht des Alten. Bähähähähähähähähähähähähäähähäh. Untersuchen. Jo, es leuchtet und schattet und 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 macht so einen Scheiß. Pariert euch. Krass. Huch, was ist da? Lügner voraus. Oh nein. Aber es ist hier niemand. Das bedeutet, du bist der Lügner. Krasse Scheiße. Was ist? Geschlossen. Okay, cool, cool. Und hier? Das hier geschriebene Zeichen wird aus weiter Ferne heraufbeschworen. Viel Erfolg und dann nicht aufgeben. Das ist doch unmöglich. Interessant. Trost. Cool, cool. Ich glaube, ich sollte hier einfach weg. Das ist... Irgendein anderer Scheiß. Egal. Wisst du was? Egal. Ist mir doch wurscht. Wir gehen woanders hin. Wupp. Los, führe mich. In die Zukunft. Speer. Ekelhaft. Ich hatte mal ein Dank, sonst 1 ein Speer. Und ich glaube, ich wusste nicht mal, dass man den Speer mit dem Speer angreifen kann, obwohl man blockt. Man kann blocken drücken und dann währenddessen angreifen und blockt immer noch. Das wusste ich nicht mal. Der einzige Grund, warum das Speer halbwegs vielleicht useful sein kann und ich... ...wusst es nicht. So ein dummer Schwer. Aber dadurch habe ich mir eine größere Challenge gemacht. Natürlich, das bedeutet, dass ich viel krasser drauf bin. Schlimm. Hey. Ähm. Huch. Versucht, Arm und dann Freude. Watt. Hey, Feuerwaifu. Hey. Ja, so heiße ich. Seek Seelen. Ja. Seek den König. Lass diese Lande dich schweigen. Okay. Wir haben jetzt... Moment. Ich gehe mal in dieses komische Haus, wo die Feuer sind. Wo es irgendwie dran steht. Ja, du bist jetzt voll sexy. Du kuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuck so unglaublich sexy hier auf vier stück sind es nicht alle jetzt oder sind es oder nicht nein es sollte es brennt ja noch mehr oder es werden noch mehr etwa ein fragezeichen egal wir haben noch bisschen was zu tun ich würde nur kurz nachschauen wieder zurück wir haben nämlich wir müssen doch irgendwie fuck wo war das jetzt haben wir schon viele geräusche fuck jetzt weiß ich es nicht mehr irgendwo gab es noch npcs und so und blablabla und quests und shit und was weiß ich ich einfach mal zum feuer und schaut die gebiete durch weil ja moment saubereien ist hier aus was war selbst was machst du denn er zeigt eine flammenhülle und verbrennen feinde der nähe des wirkers der zauber gefähr der zauber ist gefährlich der da im aktiven zustand auch den wirken ja war das hier irgendwo fuck mann moment hier ist auch noch schild hier müssen wir ja eigentlich auch hin oder ich jetzt einfach mal hier die sache ist ich muss einen anderen schritt machen ich hoffe dass ich jetzt nicht aussehen irgendwie ins ende vom spiel eingehen in das ende des spiels reingehen was weiß ich was weiß ich zum ende des blablabla so egal hey kumpel du du stinker der hat mich erwischt der drecksack hier schild platz zeit und wie komme ich da hoch da gibt dies nur fluche video ich bin ein gut boy ja nicht kaputt die mache ich bin tot und ich bin kein stein das hat mir kurz angst gemacht hallo ist da jemand man glitze krasse scheiße mann oh mann blitz stein hier kriegt man so einen krassen schild ich weiß nicht ob ich in das gelbe da unten reintreten kann oder nicht so gut die sind bisschen steinig krasse scheiße schaut euch den typ an der sitze im rollstuhl und den interessiert ja nichts hier krass hey stop it please dies geht zum her ich werde verrückt hier ist alles so verwirrend krasser shit da unten ist auch im weg treppen sind auf jeden fall da hier der lebt schon mal untersuchen nein ich weiß nicht ich habe jetzt nicht für so viele duftzweige ich weiß nicht was ich jetzt wofür verwenden will tut und tut oh mann oh mann oh mann wisst ihr noch vielleicht weiß noch jemand hier wo ich noch ein duftzweig benutzen könnte ein schlau benutzten duftzweig und so stimmt warte hier in dem ort wir haben doch moment wir haben doch duftzweig oder wir haben einen okay ich bin jetzt mal hier ein ich hoffe das ist nicht allzu doof ich hoffe es ist eine schlaue idee hier und duftzweig zu benutzen lebensstein geil hey kumpel du genau du ich mag ich nicht der greift mich jetzt an ich krieg trotzdem schaden fuck ich hab mich ja auch nicht fuck der der wollte sneaky ohoos nicht sein aber hat verkraft moment was ist der der habe ich jetzt in beide richtungen den buch du hast mich erschreckt du drecksack ok der geht ab das ist einer von diesen verscheinerten tippies es bedeutet da hätte ich ein duftzweig verschwendet moment ich glaube ich kann nicht meinen einsetzen habe ich nicht gerade mit einem geredet und da stand irgendwas anders dran seid ihr eigentlich aus der leitung salda breath of the world ihr seid doch neunen oder nur ohne pferdekörper aua scheiße da hinten ist der fuck ist gerade die kamera egal hey du bist golden das ist kumpel von dir ich wollte rollen wer spielt jetzt so scheiße langsam unglaublich so langsam einfach er macht einen angriff und ist für immer committed rüstung voraus ja krass wenn ich den frei macht dann kann ich da eine rüstung aufheben aber eine rüstung allein ist mir nicht wert ich weiß ich brauche noch ein luftzeug überhaupt hier weiter zu kommen was es dahinter dann gibt weiß ich nicht er sei dass sie gerade bis eine wirre rede ja gut ist nichts neues mache ich gerne mal so hier ist das arschloch gebiet denn hier ist krasser krasser schitter dich verrückt man hier kann man all dies duftzweige verschwenden magie voraus okay gut scheiß darauf ich will meine duftzweige nicht verschwenden oh nein schaut euch das alles macht dich verrückt jetzt will ich verfluchen ähm haa shit dick wanst dankeschön sehr gut fucking überall ich will hier doch wo hat das denn so viel verlage ich will doch einfach nur hier hoch ich will zu der kiste dahinten sexy was soll jetzt noch so eine heini du kannst mich mal hoch nicht hinter die kiste bitte sind ich das egal so holy shit was die drachenknochen alles klar sonst so was ich glaube jetzt kann ich einfach weiter gehen und schauen wo ich noch nicht wahr wohl hier sind noch überall items die würde ich dann halt doch gern haben in einem von diesen großen barrels wird mal ein item sein du dummel kröte ja die hat mich hat etwas versteckt erschreckt und krasse scheiße da heidi verfluchen oh hallo der wollte der krass stress alter verpfiffstig ich hab nicht den richtigen modus an aua ua 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 das war also peter das gerade waren wie fies diese lache gott damit ihr verpisst euch da wird man ja selber verrückt man hört so ein dämliches lachen es gibt hier versucht gehen hier ist halt auch irgendwas nur ich weiß nicht was krass war da gerade ein super krasses dunkle lachen so ein mega heftiges dämonen kichern hey kumpel moment da so dass nicht mal versteinert hey 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 sicher Nein, du schockst mich nicht so. Ich dachte, du warst da. Dieser Lied für den Ring, lebt in der Breitstein-Kauve. Ich werde ihn finden und setzten die Schuhe. Das ist für die Gute der Welt. Ich werde nicht diesen Lied leben lassen. Irgendwas. Irgend so ein Ort. Krass. Ich weiß jetzt. Einen Weg, wo ich hin muss für diese Quest. Oder war das jetzt schon wieder eine andere? Egal. Ich habe ja schon mal mit jemand ähnlichen geredet, der auch so was sagte wie Ey, so der Arschmann, ey. Mimimi. Hallo. Tschüss. Da rollt jemand auf. Oder gerne. Oh shit. Ich wusste gar nicht, dass es hier sowas gibt. Pelzbrocken wird benötigt. Vorsicht vor Frau. Hinterteil. Ja, da muss auch Vorsicht sein. Frau voraus. Deshalb niedere Geg- Gute. Gott dammit. Gott dammit. Hallo. Ich verstehe den Scherz. Krass. Niedere Geg- Niedere Geg- Ja, gut. Au. Ne. Skampion. Bitte nicht, Mann. Wenigstens keine Spinne. Oh, lass mich in Ruhe. Was machst du denn? Was? Jetzt wird geskillert. Oh nein. Schieß nicht. 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 Oh, oh. Ah. Ei. Äh. Äh. Und aua. Die macht giftiges Shit. Oh ne, die hat Arschloch-Magie. Musst du Arschloch-Magie haben? Das ist voll assi. Aua. Niemand mag Arschloch-Magie. Und... Weil... Ich habe ein Problem. Ah. Die vergiftet mich. Ich sollte mich nicht erhalten. Es ist verschwendet. Easy, easy, easy. Gas. Ich konnte mich nicht dagegen halten. Okay, das Gift ist heftig. Ihr seid gestorben. Gott fucking damnit. Ah. Ja, 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 ja. Hör mal, diese Frauen. Ist das auch eine von... Von... Issa Lives. Was weiß ich, wie die nochmal heißt. Tochtern oder so. Ich glaube, da brauche ich ein Schild bei dir. Eh. Ist schon ein bisschen interessant. Ich weiß ja nicht. Außerdem sollte ich... Wie ist jetzt... Nö. Moment. Zauberbarriere. Hilfe ist auch gegen normale... Normal Shit. Und nicht nur Element Shit. Weil dann könnte ich das ja auch verwenden. Schön. Egal, ich habe einen Boss gefunden. Und ich glaube, das ist ein Optionaler. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Das bedeutet, ich renne da jetzt hin. Wenn ich wüsste, wo ich nochmal genau hin muss. Und dann wird gefightet. Ja, geil. Währenddessen ich hier hart verflucht werde von jedem anderen Shit. Ich verstehe. Okay, okay, okay. Ähm. Da ist wieder so ein Geist. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Gegner ist oder nicht. Ich benutze einfach mal den Scheiß hier. Vielleicht hilft es ja. Und... Ich fress noch sowas. Ich bekle los. Ich mach das.